So, jetzt möchte ich euch zeigen, wie wir aus den Zweigen einen Kranz machen können. Dafür nehme ich ein Klebeband, eine Kordel, da habe ich einfach zwei Stücke geschnitten, eine Schere und eine Gartenschere, einen Eimer oder einen Blumentopf, also irgendwas, was ungefähr die Innengröße hat, wie ihr den Kranz haben möchtet. Und dann als Füllmaterial habe ich hier einfach so Verpackungsmaterial, weil ich natürlich nicht über die gesamte Höhe des Eimers einen Kranz machen möchte, sondern nur im oberen Bereich, damit die Äste nicht so weit runterrutschen. Jetzt gehe ich hin und nehme ein Band. Die Enden klebe ich einfach von außen fest, damit die nicht runterrutschen, wenn ich die Äste gleich rein tue. Das werde ich nachher einfach wieder weg machen. Das ist aber wirklich hilfreich. Werdet ihr merken, wenn ihr es mal ohne probiert. So, dann kann es locker hier drin liegen bleiben. Das brauchen wir, wenn wir alle Äste so so weit haben, wie wir sie dann für den Kranz geboren haben möchten. Jetzt nehmen wir die Äste. Ich habe jetzt hier von der Weide so biegsame Äste. Wichtig ist, dass ihr irgendeine biegsame Äste habt. Das könnt ihr auch von der Birke nehmen. So, und dann nehmt ihr die und wickelt die ganz locker, so zwei, drei Stück, einfach im Kreis zusammen und drückt sie in den Eimer. Dann nehmt ihr die nächsten. Zwei, drei, wenn es Döne sind, könnt ihr auch der Rei der Vier nehmen, je nachdem so dass es immer so kleine Bündel sind, die ihr immer ein bisschen versetzt, also immer die Anfangsendstücke an einer anderen Stelle und drückt sie dann auch wieder in den Eimer rein. So, jetzt noch mal dreimal. Das sind wir so zusammengerollt. Jetzt wieder in den Eimer rein. Dann noch einmal. Dadurch, dass der jetzt so leicht konig läuft, der Eimer rutschen sie natürlich ein bisschen raus zu rutschen, die Zweige bei einem Blumentopf, der gerade nach unten geht, ist es ein kleines bisschen einfacher. Also, ich liebe die Herausforderung. So, wenn ihr alle Zweigen zusammen habt, die... So, und jetzt zieht es schon ziemlich nah an einem Kranz aus, damit es doch stabiler ist und es gleichmäßig entwickelt. Hierfür bin ich einfach den... Das Gordelstück einfach hier in einem von der Festigungsschnüren. Das hätte ich noch mal kürzer. Und dann wickele ich... Das habt ihr euch schon mal an so einem typischen Strohkranz auch gesehen. Der wird dann so ein bisschen schräg umwickelt. So einmal ringsrum. Zweige, die abstehen könnt ihr so noch ein bisschen dadurch ranziehen. Aber was nachher noch übersteht, das schneiden wir dann einfach ab. Und hier haben wir jetzt genau... Sieht man, ich habe jetzt enger gewickelt, als ich vorhin gebunden hatte. Dann binden wir das einfach hier zusammen. Ist auch kein Problem. Dann wird abgeschnitten. Und jetzt schneiden wir einfach das, was uns an Ästen stört. Das schneiden wir hier ab. Und schon habt ihr einen Kranz, den ihr einfach gestalten könnt. Entweder mit Blumen rein, Teelicht rein, an die Tür, mit einem Band dran. Oder was natürlich auch möglich ist, ihr nehmt weiße Farbe. Also einfach mit weißer Farbe. Ich habe Acrylfarbe, ein Tuch, was ihr habt. Oder ich habe jetzt einfach einen Stoffrest genommen, ein Filzstück. Ganz normale Baumwolle habe ich jetzt nicht genommen. Weil die ist natürlich glatt. Das heißt, die hat ja sozusagen fast gar keinen. Und hier hat man durch dieses typische Filzige, so ein bisschen Muster auch noch drauf. Das finde ich noch ein bisschen schöner. Aber wenn ihr nichts anderes habt, ihr könnt natürlich auch einen neuen Spülschwamm einfach nehmen. Oder auch einfach ein Stück Baumwolle, Toilettenpapier, Küchenrolle. Also was, die euch in die Finger kommt. Oder ihr nehmt einfach, ja, nehmt die Farbe auch, könnt ihr auch selber mit dem Finger dran und betupft das selber. Auch das ist möglich. Aber nehmt dann bitte nur, damit ihr euch nicht so einsaut, wie ich es tue. Einen Handschuh, weil sonst braucht ihr länger eure Hände sauber zu machen, als die ganze Bastelarbeit gedauert hat. So. Jetzt wird getupft, um den Schäppi-Look zu haben. Da wird nicht komplett eingefärbt, weil sonst würde ich auch einfach Sprühfarbe nehmen, um den einzusprühen. Dann könnt ihr mein Netzwerk so ein bisschen die Ursprungsfarbe durchgucken. Das ist ja sozusagen dieser Schäppi, dieser alte Look. So. Jetzt ist er fertig. Genau. Egal, wie ihr den verwenden wollt. Das war nochmal als kleiner Zusatztipp. Genau. Falls jemand den noch etwas Weiß einfarben will. Also für Schäppi-Look so abtupfen und für ganz weiß wäre es dann mit Sprühfarbe komplett einweichen. Genau. Super. Tschüss. So. Schäppi- acho. över道s. Nu muss erSS.